Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, wir haben hier einen Special Guest. Okay, wisst ihr, was ich meine? Und zwar, wir haben den Brian hier. Moin. Hallo. Das bin ich, hallo. Es ist der einzige war der Brian am Start. Und Leute, wir machen über ein paar Themen reden mit euch. Aber das Ding ist noch, ey Brian, ich war heute sehr stund am Live. Sehr stund am Live auf Twitch, Bruder. Danke, Mann. Und Bro, ich bin ja so tot, weisst du, wie ich meine? In-Game, Alter. Junge. Das war echt so ein Mario Party-Stream. Ich habe auch sehr schön an Mario Party gestreamt. Und A4Real, ein big Dankeschön an Nindado. Ich habe heute gestreamt. Ich hatte so ein Donation-Goal, was einfach mit Halten Sieg zu tun hatte. Und Bro, ich war irgendwie so 30 Minuten live und habe einfach das Donation-Goal voll gemacht. Und Bro, Dankeschön dafür auch hier nochmal im Video. Und es war noch ein Zuschauer da, der heisst Florian. Und Bro, da hat die ganze Zeit in Chat so voll die netten Dinger geschrieben. Schaut anscheinend auch die GAMI-Spiel-Videos. Also grüße gerne raus an dich. Ich muss wieder aufstoßen. Hallo Florian, hallo. Hallo Florian, A4Real. Und ja, ich habe echt heute im Stream einige Kommentare oder Nachrichten gelesen, dass wirklich Leute die Videos schauen. Das freut mich irgendwie. Viele Leute machen auch nebenbei was, was kreativ ist so. Auf einmal kommt jemand und sagt so, Jo, ich schneide er für Funk für so einen relativ bekannter Funk-Channel Videos. So, Bro, was geht ab, Bro? Was für eine Transformation, Bro? Auf einmal so, keine Ahnung. Ich wusste schon, dass diese Person kreativ ist so. Aber Bro, auf einmal kommt so ein Schalter für Funk für so einen bekannteren Funk-Channel. Mal die Shorts-Videos. Und ich dachte mir so, krass, man. Krass. Und nebenbei schaut er ab und zu die Videos von GAMI-Spielt an. Das ist heftig, man. Aber das ist auch irgendwie heftig zu sehen, so wie viele Leute nebenbei was kreatives machen. Also ich glaube, du warst zumindest bei einigen Leuten auch Katar, Brian. Ja. Ja. Also aktuell standest du für niemanden was? Genau. Aktuell habe ich Pause, aber ansonsten. Pause vom Schneidern. Ja, ja. Aber, also, vielleicht fange ich irgendwann wieder an, aber in nächster Zeit ist nichts geplant. Ja, check, check. Aber ja, Pause vom Schneidern, aber nicht vom Schulstress wahrscheinlich. Ja, ja, das stimmt. Oh Gott. Ey, Brian, du bist so, du bist wirklich so jemand, der einfach manchmal vergisst zu schlafen oder einfach nicht schläft. Ja. Das ist so wirklich so ein Brian-Moment. Das habe ich... Das einfach macht... Ich habe heute zwei Stunden geschlafen. Aber wie machst du das, Mann? Und warum? Warum hast du zwei Stunden gepennt? Ja. Also, das ist ja viel für dich irgendwie, für deine Ferse. Wenn man so andere Tage vergleicht, wo du halt so zwei Tage am Stück wach warst oder... Bro, also, ich glaube, wir greifen auch noch gerne ein paar Storys diesbezüglich auf. Aber warum hast du zwar schon dann heute gepennt? Ja, ich denke einfach, ich habe das Problem, dass ich halt super schnell in so einen Workflow gerate und ich muss mich einmal motivieren und dann blende ich einfach alles um mich herum aus. Und ich habe eine Aufgabe und bis diese Aufgabe fertig ist, mache ich nichts anderes. In dem Fall war das krank, Bro. Ja. Aber es ist ehrlich krank, also es ist noch nicht gesund, deswegen. So ein bisschen abgewöhnen sollte ich das schon, aber es ist natürlich auch hilfreich. Aber was hast du gearbeitet? Also, an sich habe ich viele Schulaufgaben momentan und wir hatten auch einen Chemietest. Und genau, ich habe nicht, also ich habe am Anfang nicht dafür gelernt und dachte mir so, ja, scheiß drauf, aber dann habe ich mich doch irgendwie motivieren können. Und dann habe ich komplett irgendwie so sechs Seiten oder so in zwei Stunden auswendig gelernt und war komplett fokussiert, aber das waren halt die zwei Stunden von irgendwie 2 Uhr nachts bis 4 Uhr nachts. Ja. Bruder, du bekommst in zwei Uhr morgens Motivation seinen Vorteil, Bro. Was geht ab, Bro. Der einzige, den ich kenne, Alter, der in zwei Uhr morgens auf einmal über seinen Motivationsgrind bekommt für Lernen. Aber krass, da hast du sechs Seiten gelernt innerhalb von zwei Stunden? Ja, genau, ja. Ja, sag halt gleich, dass du ein Schnelllerner bist, Bro. Ja, ich habe mich echt damit viel befasst auch. Also ich habe mir viele Taktiken angeschaut, wie man schnell lernt. Oha, Bro. Einfach um Zeit zu sparen, einfach. Klappen die Taktik hast? Absolut, ja. Erzähl mal. Was für die Taktik? Meine Lieblings-Taktik heißt so ein Gedächtnispalast. Und ein Gedächtnispalast ist quasi sowas. Du musst dir vorstellen, dass dein Gehirn Orte besser abspeichern kann als einfach Informationen. Orte? Also so, Deutschland und so. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt sag, stell dir dein Zimmer vor, schließ deine Augen und stell dir dein Zimmer vor, dann könntest du jetzt dein Zimmer irgendwie so ziemlich genau in meinem Kopf abbilden. Check. Und genau das nutzt man in einem Gedächtnispalast. Quasi. Ähm, ich kann theoretisch meine Augen schließen. Mhm. Dann habe ich mir so ein Gedächtnisort gebaut in meinem Kopf. Ja. Und da sind einzelne Räume drin. Und in diesen Räumen passieren eben Sachen, die ich mir zum Beispiel merken muss. Zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, es war irgendwie so eine Nahrungspyramide letztens, die ich mir auswendig lernen merken musste, genau. Und da habe ich mir halt so einen Raum mit einer Pyramide innen drin vorgestellt und habe halt so Verknüpfungen geschaffen. Und die Sache ist, das vergisst man einfach nicht mehr. Also, an sich, wenn ich so Infos, äh, nacheinander abhake, irgendwie auch so Listen, dann vergesse ich das nach zwei Tagen wieder. Aber bei so einem Gedächtnispalast kann ich immer und immer wieder in diese Räume einfach eintauchen und kann das dann so herleiten. Und deswegen erinnere ich mich zum Beispiel an Tests von vor zwei Jahren noch, ähm, und vergesse das nicht einfach. Jo, der ist ja ultra sick. Junge, aber so, du arbeitest also mit Bildern sozusagen. Genau, genau, ja. Jo, okay. Und, was gibt es sonst noch für Tricks zum Beispiel? Also, ja, Bildertrick jetzt. Ja. Also, der zweite Trick, den ich nutze, ähm, ist sehr, also wirklich auch sehr hilfreich. Und der funktioniert halt vor allem, wenn man sich sehr viel merken muss. Ja. Und das ist einfach, äh, sich die Sachen durchzulesen und dann ein Blatt zu nehmen und alles aufzuschreiben, was man weiß. Und das hat man aber öfters von Lehrern. Genau, genau. Aber manche Lehrer machen das, sagen das falsch. Zumindest habe ich das immer falsch verstanden. Ähm, bei mir haben die Lehrer gesagt, schreib das einfach ab. Aber abschreiben bringt nichts. Beim Abschreiben schaltet man irgendwann ab und dann war's das. Check, check. Bei der Taktik lernt man das, schreibt auf, was man weiß und dann sieht man genau, was man nicht weiß. Und das lernt man nochmal. Ey, das ist halt so schlau an, Bro. Das sind sehr gute Taktiken, ja. Also die Taktik wäre zum Beispiel schlau in einem Vokabular-Test. Heißt das bei, außer Woki-Kartan? Ähm, bei uns waren es einfach Lernkärtchen. Ah, okay, okay. Ja. Aber das war zum Beispiel ein krasser Trick, die es bezieht. Und... Absolut, ja. Genau. Gab's das auch so andere Tricks, die du benutzt? Äh, an sich nicht eigentlich. An sich sind das so die zwei Tricks, die ich nutze und damit komme ich sehr gut durch. Boah, krass, aber okay. Du bist aber auch so jemand zu... Nein, Brian ist jemand, der liest sehr viele Bücher und nutzt auch voll oft was schlau ist. Also das Wissen, was du lernst. Also... Deswegen hast du jemand, du liest, um zu lernen, hab ich das Gefühl. Ja. Und das ist... Das ist am Ende, I guess, richtig schlau so. Er hat nur irgendwie... Irgendwie hat er fast schon Angst, dass es in der Sucht reingehen könnte, wenn du checkst. Ja. Dass du immer mehr wissen willst, immer, immer mehr, 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 mehr. Und da hast du so viel Wissen und... Keine Ahnung. Man kann ja so viel wissen, wie man will. Aber am Ende... Wo kann man überhaupt das Wissen anwenden und will man das überhaupt anwenden? Ja, also... Check ich auf jeden Fall. Aber ich lese halt wirklich nur Bücher über Sachen, die ich auch wirklich brauche. Ja, und momentan zum Beispiel ein Buch über Produktivität. Krass. Und... Genau. Also die Sachen kann ich immer anwenden. Und... Ich befinde mich oft in so... In so... Löchern einfach für ein paar Tage, wo ich mir immer so ein Thema raussuche. Mhm. Und dann das ganz... Also die ganze Zeit recherchiere und mich so komplett gelese. Aber... Ähm... Es nimmt wie so ein Ausmaß an, dass ich immer alles wissen will dann darüber. Also... Ah, okay. Ich hab... Genau. Ich hab dann irgendwie... Mal... Für vier Tage finde ich irgendwie Instrumente interessant. Und dann irgendwie... Äh... Die Tage darauf irgendwie Geografie oder sowas. Jo. Also immer... Immer andere Sachen die ganze Zeit. Und... Ja, einfach so viel lernen, wie es geht in der Zeit. Und dann... Neues Thema aussuchen. Ähm... Warum ging es dann... Du... Also du liest jetzt gerade so ein Buch über Produktivität. Ja. Was... Was sind so... Ein, zwei Dinge, die du auch so mitgenommen hast so... Davon? Verfahren, die überhaupt schon... Groß was gelesen hast? Absolut, absolut. Ähm... Also... An sich... Dieses Buch... Bestätigt sich damit... Ähm... Mit möglichst geringem Aufwand... Sehr viel Leistung zu erbringen quasi. Also dass ich wenig ändern muss in meinem Alltag. Aber viel Wirkung... Ähm... Also sich da viel... Also sich viel Wirkung zeigt quasi. Check, check. Und... Ähm... Es ist quasi so... Es gibt auch wieder Taktiken... Äh... Zum... Um neue Gewohnheiten zu schaffen. Okay. Das ganze Buch dreht sich um Gewohnheiten. Jo... Okay. Und... An sich, du musst ja wissen, dass... Dass Gewohnheiten den Menschen ausmachen. Also... Ja... Wir stehen auf und... Haken einfach immer so Gewohnheiten ab. Also... Wir denken auch gar nicht drüber nach. Wir stehen auf, Zähnepulzen, anziehen. Und das sind die ganze Zeit so Gewohnheitslisten, die man abarbeitet. Jeden Tag. Das stimmt, ja. Ähm... Das ist eine Gewohnheitskopplung. Und... Genauso funktioniert das einfach. Also... Man hat Gewohnheiten und die hakt man einfach ab. Man denkt nicht drüber nach. Man macht das einfach. Und... Ja... Aber das ist jetzt halt den ersten Tag, oder? Was uns war ja schon ungewohnt, ob haben wir so Ligastütze zu machen. Ja... Also... Ich check was du meinst. Aber tatsächlich fiel mir das echt einfach direkt. Ich hab glaube ich so zwei Tage gebraucht. Ähm... Und an... Also jetzt vergesse ich gar nichts mehr, äh... Was das so Ligastütze angeht. Ich muss nicht mehr drüber nachdenken, ich mach's einfach. Okay. Aber in den ersten zwei Tagen war es halt so, dass ich teilweise vergessen habe. Oder... Ähm... Ich dachte, ah, kein Bock mehr. Aber... Ich hab mich dann durchgezwungen und dann... Äh... Krass. Aber warum genau Ligastütze? Aber auch damit du fit bleibst, oder? Aus zwei Gründen. Also erstmal natürlich, um fit zu bleiben. Aber ich wollte doch einfach testen, ob das funktioniert. Weil das ist eine Sache, die... Ich hab halt das Buch gelesen und ich wusste ja nicht, ob das wirklich klappt. Mhm. Und dann hab ich halt schnell überlegt, was mach ich jetzt? Und dann waren Ligastütze einfach das erste, was mir eingefallen ist. Und... Hat geklappt. Also... Wird demnächst auch mehr... Damit... Äh... Verbunden. Ja, das... Und... Was mehr genutzt. Das ist aber krass. So eine gute Gewohnheit war bei mir... Also... Imagine, du stehst auf und die erste Gewohnheit ist... Einfach einen Apfel essen. Imagine. Ich würd... Ich würd mir das nicht mehr zutrauen. Also... For real. So... Keine Ahnung. Auf einmal steht man auf und isst einen Apfel. Das war so eine klasse Gewohnheit. Die... Die... Gut war für mich so. Und dann war irgendwie Gemüse oder so zuerst. Dann war so direkt am... Am Morgen. So weißt du, wie ich mein? Aber... Ich trau mich nicht dazu, dass ich das irgendwie schaffen würde. Also bei... Ja, da gibt's auch. Ja. Okay. Okay. So ungefähr... Zehn Elfte... Zehn Elfte deiner Sinnesnerven werden vom Auge genutzt. Also das, was du siehst, wird verarbeitet. Also zu einem sehr hohen Prozentteil. Zehn Elfte? Das ist ja... Ja. Sehr, sehr viel. 93 Prozent oder so oder 91 Prozent oder so. Weißt du, wie ich mein? Hm. Krass. Ja. Ungefähr sehr viel Prozent, ja. Und äh... Genau. Du kannst quasi dadurch, dass... Also das, was du siehst, macht sehr viel deine Gewohnheiten aus. Also... Du kannst theoretisch einfach mal so einen Apfel ins Bad stellen halt oder in die Küche, da, wo du immer dran vorbeigehst halt, wenn du morgens aufstehst. Und immer wenn du dann diesen Apfel siehst, kannst du mit dieser Gewohnheitskopplung quasi diese Gewohnheit triggern einfach. Weil Gewohnheiten werden nur dadurch getriggert, dass du irgendwas siehst, was dir halt gefällt oder was dir nicht gefällt. Und so entstehen halt zum Beispiel Ticks oder ähm... halt gute Gewohnheiten. Also man sieht etwas, man hat so einen Reiz, den man aufnimmt. Und dann, äh... Genau. Und dann will man den irgendwie erfüllen und will eine Belohnung daraus ziehen. Und... Genau. Also jede Gewohnheit, äh... fängt mit einem Reiz an, den du siehst und endet mit einer Belohnung, die du dann bekommst, wenn du es machst. Und was ist meine Belohnung? Okay, wobei, wenn ein Apfel ist, ist es halt gesund. Das ist die Belohnung dahinter. So, aber zum Beispiel bei schlechten Gewohnheiten, bei Rauchern zum Beispiel, ist es halt so, die sind gestresst, das ist der Reiz. Also die haben dieses, dieses Gefühl von Stress. Das nehmen die wahr. Und dann wollen die direkt die Belohnung haben. Nämlich halt, dass sie wieder entspannt sind. Und dann nehmen sie halt eine Zigarette. Und so funktioniert das quasi. Krass, Mann. Ja, macht irgendwie Sinn. Ja, und dann, also du hast jetzt einfach dieses Produktivitätsbuch da und so, keine Ahnung, du bist wahrscheinlich jemand, der schon in seinem Leben produktiv sein wird. Oder du bist, I guess, auch jemand, der einfach produktiv ist und immer was tut eigentlich, oder? Oder gibt es das so, oder was so? Oh, jetzt drei Stunden. Oh, ich bin aufgestanden und jetzt drei Stunden im Bett gegangen. Nee. Nee. Ähm. Also, das gibt es bei mir echt gar nicht. Okay. Mir war auch schon seit Jahren nicht mehr langweilig. Also ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, so langweilig zu machen. Ähm. Ist natürlich manchmal stressig, aber an sich, ich lief mein Leben. Und ja, ich, ich, ich kann jede, jeden Abend ins Bett gehen und kann stolz auf mich sein, für das, was ich gemacht habe. Und ja, ich denke, das ist das schönste Leben. Aber ich habe das Gefühl, also bei mir, zumindest ist es bei mir so, zu imagine, ähm, heute habe ich gestreamt und, ähm, ich habe jetzt, ich erzähle mir dieses Video auf und ich habe noch die Uploads gemacht, wie ich gerne spiele und ich habe auch noch andere Dinge aufgenommen, weißt du, so, ich war in meinen Augen sehr produktiv und das alles, weil ich habe irgendwann von YouTube leben mit und YouTube, also YouTube und Twitch. Und ich habe ein Ziel und einen Grund, weil ich produktiv bin, plus es ist halt mein Hobby, ich mag das gerne und keine Ahnung, ich gebe auch gerne Leute einfach, keine Ahnung, so, ich war ja heute einfach auf Twitch und voll viele Leute, für meine Freunde sammeln, einfach so voll nette Dinge, gesagt, yo, ich schau gerne die Videos an und so. Und das, das gibt mir ein Gefühl von, jo, ich mache was und es kommt bei gewissen Leuten an und, keine Ahnung, dass ich halt heute so produktiv war, macht mir Glück dahin. Also ich gehe dann wahrscheinlich heute ins Bett und denke mir so, krass, ich habe Dinge gemacht heute und das hat mich gerade glücklich gemacht, dass ich einfach durchgezogen habe. Und ich glaube, so ist es ja bei dir auch so, dass du viel Glück aus produktiv an Dingen ziehst. Also, ich frage mich dann, was heißt bei dir produktiv sein? Also, was gibt dir ein Glücksgefühl, woran arbeitest du produktiv zu sein, außer jetzt Bücher zu lesen und Schule? Ja, also, ich habe allgemein das Ziel, also, ich habe das Ziel immer jeden Tag glücklich zu sein und ich hatte sehr große Zukunftsangst davor, im Alter nicht mehr glücklich zu werden. In welchem Alter? Aber auch wenn du Alter wirst? Also, abarbeiten tatsächlich, weil mir die Leute immer gesagt haben, als ich klein war, dass ich die Schule gedießen soll, weil es ja die beste Zeit ist. Oh mein Gott. Und ich hasse Schule aber und ich habe richtig Angst davor, dass es noch schlimmer werden kann. Oh nein. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch schlimmer werden kann. Oh nein. Was schlafsst du? Was schlafsst du? Ich schlafe jetzt schon nur zwei Stunden. Aber nicht immer zwei Stunden, Brian oder For We Night immer zwei Stunden. Nein, nein, nein. Okay. Manchmal auch mehr. Manchmal sagst du. Das ist witzig, Brian. Schlafsst du auch mal aus, For We Night? Schlafsst du auch mal aus, bitte? Am Wochenende. Am Wochenende, ja. Okay, okay. Oh. Aber, das ist crazy so, dass Leute dir so einreden, ja, Schule, viel besser als Arbeitern. So, und jetzt hast du so Angst davor. Aber mittlerweile ist Angst tatsächlich so ein bisschen wieder weg. Letztes Jahr war es ganz schlimm. Da hatte ich jeden Tag Angst davor. Jeden Tag vor We Night? Genau. Und deswegen habe ich halt dieses Ziel gesetzt quasi immer glücklich zu sein. Aber wie schaffst du das, Bro? Ja, wieder einfach Bücher lesen darüber, was Glück ist, wie man es bekommt. Oh, okay. Und ich will später keinen Geldstress haben. Deswegen ist mein Ziel halt irgendwann finanziell frei zu sein, sodass ich nur arbeiten gehe, also gehe, wenn ich auch Bock drauf habe. Mhm. Äh, und genau, ich will einfach so ein entspanntes Leben haben. Ich will, äh, dieses Jahr bin ich in so ein Shaolin-Kloster für eine Woche. Ja. Äh, einfach um so deren Mindset zu verstehen und auch Sport zu machen natürlich für mein Immunsystem. Mhm. Und, ja, ich will einfach so von Leuten, die halt jeden Tag glücklich sind, will ich halt sehr viel lernen und das auch für mich anwenden. Sind die mal glücklich? Also, ich, bei Shaolin-Menschen bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind die sehr, also, zufrieden immer, denke ich. Die haben immer ein sehr ausgewogenes Leben. Das ist quasi deren Haupteinstellung. Klasse, okay. Ja. Also, Leute, for real, da muss ich echt Brian Props geben. So, du bist im Moment glücklich. Ey, man kann ja sagen, was man will, aber im Moment bist du glücklich. Natürlich, du schadest niemanden dabei, dein Glück zu finden. Und, ähm, ja, du befestigst sehr klar selber mit dir und dem Thema glücklich sein. Was einfach, ja, ein wichtiges Thema ist. Natürlich will man gerne glücklich sein. Und du bist dann eine Person, die sich damit befasst. Und auch bis dann sich herumprobiert und sich einfach informiert. Und das Wissen von anderen Leuten, die halt vielleicht mehr Wissen haben als du. Du ernimmst einfach dieses Wissen. Du lernst von Leuten, die sich mit gewissen Themen gut auskennen. Und das ist schlau, in meinen Augen. Danke dann. Also, Props. Aber, ja, glücklich sein ist, ist definitiv eine Sache, die man will. Aber dann, generell was so, ähm, also Produktivität macht dich glücklich. Lesen macht dich glücklich. Aber, wie, also, gibt es irgendwie vielleicht so einen, was war das denn? Gibt es irgendwie so einen Tipp, ähm, was dich jetzt allgemein glücklich macht? Also, abgesehen, dass es ein paar Dinge, die man jetzt hier erwähnt hat. Wie zum Beispiel, äh, ja, so an einen Zielen nachgehen oder Dinge lesen, so. Das andere Dinge, wo du denkst, ja, das macht mir jetzt einfach lieber glücklich, so. Also, ich denk einfach, ich hab ja dieses Hobby gefunden zum Videoschnitt, äh, in der Zeit lang. Und ich denk dadurch, dass ich halt direkt, äh, quasi, sag mal, also nicht erfolgreich, aber direkt für so viele Menschen geschnitten hab. Mhm. Ähm, oder so perfekt ausleben konnte, das hat mich sehr glücklich gemacht. Alter. Also an sich das finden, was einem, was einem Bock macht und dann durchziehen. Ja. Einfach ein Hobby finden, was auch einem erfüllt. Ja. Alles krass. Das ist krass, man. Leute, ich hoffe, ihr findet oder habt euer Glück im Leben gefunden, euer Hobby, was auch immer. Ich finde es gut, dass du dich mit dir selber beschäftigst. Danke. Ja, vielleicht musst du noch ein bisschen mal schlafen, mach mal. Aber. Ja. Aber ja, Brian, ich danke dir, dass du beim ersten Part dabei warst heute. Das war sehr interessant. Also, Leute. Schreibt gerne einen Kommentar, wenn ihr wollt. Wir lesen die Kommentare. Also. Boah, ich muss fast abstoßen. Boah. Okay. Sorry. Ciao, Leute. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.